nun geht es weiter mit den ich weiß nicht genau wie viel, aber es könnte vielleicht schon der zehnte Teil sein 910, ich weiß ja gerade nicht genau dann werde ich gleich mal loslegen hier ich habe ja da mit dem Bahnhof angefangen zu bauen ich gehe erstmal schlafen da werde ich dann noch auf Wüstenjagd gehen kann wo ich dann in Zukunft Minen bauen kann oh eine Hexe wo kommt die denn her eine Hexe wo kommt die denn her wo kommt die denn her einmal war das Skelett Hexe Endermänner der Telefon das habe ich jetzt mal Langsamkeit dieser Effekt kommt noch von der Hexe Langsamkeit da bin ich jetzt ein bisschen langsamer super typisch die habe ich mir erstmal beseitigt und wollte auf Wüstenjagd gehen und wollte auf Wüstenjagd gehen da vorne ist halt die nächste Wüste und ich hier schon mal ein bisschen Sand abgraben kann und vielleicht in Zukunft da eine berühmte auch Sandstein hinbauen würde und eine unterirdische Verbindung dahin dann wie man plant die nächsten ab woher ist ja alles voll mit Lavaseen also hier ist ein richtig Lavasee reich und dann habe ich Lava Lake Rarity ein bisschen erhöht sonst werden wir nicht so viele Lavaseen heute geht es halt ein bisschen Sand haben ich bin jetzt abgeraben Sandstein Inventar ist voll also kann ich weil ich bemerke ich in den letzten Teilen wird das wirklich die Dungeons wird das Inventar immer so schnell voll das muss ich dann ständig leeren dann ständig zurück nach Hause und leer die Hekte hat irgendwie so kein Giftsrankteil abweicht sondern nur Langsamkeit schön große Sandflächen zum abbauen Zuckerrohr ich werde die Zuckerrohr natürlich auch mitnehmen und die Fleisch im Sand abtragen mit voller Rüstung da leide man dem Lava nicht so schnell Schaden ich glaube statt 3 Herzen pro Sekunde wieder in die 1 Herzen pro Sekunde weg das muss ich mal ausprobieren aber ich bin nicht in der Playwell sondern in der Playwell sondern woanders dann 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 stein auf jetzt hier finden ganz stein so da und spät ist es mittag eine ganz schöne welt sobald keine lange keine erdbewegung ist eine ganz schöne welt das ist die oberidischen erdbewegung bei lavaseen und in den tauschen wieder voll nicht mehr auf märz hier ich habe für 30 sekunden hunger aber ich kann nur noch ein stück mehr aufnehmen jetzt habe ich erstmal ein stück von 11 25, da liegt noch was, 26, 34, weiter, das dürfte noch reichen, ist das Inventar ja wieder voll, ich glaube ich muss das Inventar alles anreinigen, außer was es braucht, und die könnten mir ja Ideen geben, was ich am Bahnhof gebaut habe, oder was sollte ich damit verbinden, ich habe den ja unterirdisch gebaut, ich kann den ja auch unterirdisch machen, ich möchte den vielleicht auch Brücken bauen, also schöne Brücken, Aktien, ah ich hab leider Inventar voll, was muss ich denn weg machen, hm das kann ich den wegschmeißen, sieben Fackeln, ich lasse die mal hier, sieben Fackeln, so was, erstmal mal um das Inventar wieder mit dem leer zu kriegen, um die letzten Kasteine noch mitzunehmen, ach Diamanten wieder an der Oberfläche, das sieht man eigentlich in jedem Part bei diesem Let's vielleicht Diamanten an der Oberfläche, oder ich gehe beim nächsten Part, vielleicht hinter der Wüste noch woanders durch mich, da geht der auch zum Ende entgegen, sehe ich am Tag dann auch noch ein bisschen weiter, da war diesmal auch ne Hexe, das wusste ich auch nicht, dass es auch Hexen gibt hier, ich dachte, dass die eigentlich ne Peliso oder ein Netaspawn, ach hier habe ich noch im ersten Tag noch ein bisschen Stein abgetragen, da ist Obsidian, nein ich muss das sowieso nicht auf, muss ich mein Inventar erstmal leer machen, das ist mal 64 Steine, ich wollte ja nämlich noch Detektor Waves machen, aber erstmal muss ich mein Inventar leeren, ich hab Lapis, Lazole, die die Truhe ist auch schon fast voll, da muss ich vielleicht auch mal ne neue Truhe machen, und haben wir noch Truhen im Inventar leider nicht, da sind 5 Truhen, ich komm erstmal hier weg, die Steine, und die hier sind auch mit Sand und Sandsteinen, da sind Sand, 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 der Sandstein, ich hab schon so viel Sand gesammelt, und dann praktisch diese Glasflaschen, dann ja diese, die wir, Schwarzpulver kann die auch weg, Weißkina herkommt sich, also Zuckerrohr kann die auch weg, wo benutze ich ja, aber ich hab die 3 Bögen, das schmeiß ich den, das ist er weg hier, die Kohle, aber erst machen wir nochmal ein paar Fackeln, und da kann man nur bedrohene Fackeln platzieren, um mal den Inventar nochmal zu leeren, und erstmal, Bruchsteine, und dann kann ich hier vielleicht auch nochmal zu Stein brennen, hier nochmal 38, da sind Orts & Bricks fertig, da sind 48 Eisenbahnen fertig, da sind 21 Eisenbahnen fertig, und da sind 5 Öl gleichzeitig am Brennen, und dieser Platz geht hier auch zur Neuge bei der Truhe, muss ich vielleicht nochmal einen weiteren Lagerraum bauen, wo könnte ich den vielleicht hinbauen, vielleicht irgendwie hier hin, wo das schon wieder, das weiß ich nicht, ist das alles fertig, dann baufe ich das nicht ab, der ist schon weg, das schien nur noch da zu sein, aber war schon wieder, da wurden die Seeds da, Heikentörner, ich will nämlich eine größere Farm auch mal bauen, die dann mit dicken Kisten funktioniert, dafür brauche ich natürlich erstmal noch Slimes, die ich natürlich besonders nicht gefunden habe, aber das weiß ich, in diesem Karten sind erst immer eine Hexe, aber ich nenne diesen Karten, glaube ich, Rohstoffkarmen, 31 Samen noch, ich glaube, das sind die Samen, die ich noch zur Verfügung habe, und wenn wir noch ein paar mehr holen, das wird jetzt hier alles unten aufgefüllt, das muss ich zum ersten Mal auch oben platzieren, weil ich nämlich noch eine höhere Ausbeute, und jetzt hier jetzt halt die Schicht bauere, das wird dann die Samen jetzt mal weg platziert, ein bisschen runtergegraben, sehe ich aber auch nicht mehr weitergekommen, ich denke, das ist hier eigentlich ein Block, so gehe ich nicht, aber ich kann ja sowieso nicht platzieren, das ist platz zu sehen, ja, Mann, Schwert, ich wollte ja erstmal die Tectorware bauen, dafür brauchen wir noch Steindruckplatten, und dann brauche ich noch Sticks, aber ich brauche erstmal nur zwei Tectorwaels pro Bahnhof, so, so, und dann noch die Eisenbahnen, so, da herum, so muss man das noch eigentlich quasten, ne, geht nicht, vielleicht muss da, ähm, vielleicht habe ich da irgendwie irgendwie was Pfei-Tree-Craften, wie er das herstellt, vielleicht muss man das mit Redstone machen, man ist kein Stick, aber so viel Redstone, das brauche ich, ich brauche nicht so viel Redstone, deswegen hat sich ja schon so viel angesammelt, deswegen könnte ich da besser Redstone, ganz viele Redstone-Packeln machen, weil man das irgendwie verbrauchen kann, mit dem Redstone. erstmal hier ist noch ein bisschen Stein am Arbeiten, ich glaube, das muss vielleicht mit Redstone und nicht mit, geht auch nicht, also irgendwas habe ich jetzt gerade da nicht im Gedächtnis drin, über das Quarfe, vielleicht mit der Redstone Fackel, das stickt nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir das auch nur um Eisen muss, so geht es auch nicht, ich glaube, ich gucke das gleich mal nach, wenn das Quarfe, oder ich verschiebe das auf den nächsten Part, wie man Detektor jetzt Quarfe, oh, das ist erst mal Nacht geworden, und ich wollte jetzt noch auf andere Holzarten, und das habe ich auch noch nicht gemacht habe. Creeper, dich mal mit dem Bogen attackieren. Zack, mit dem Bogen einen Creeper getötet. Da ist alles freigedraben, ich weiß nicht, ob er noch was geglockt hat. Ja, hier liegt noch ein bisschen Schießpulver rum, wollte natürlich auch mit holen. Und jetzt erstmal ein anderes Gefilde ausmachen. Hilfreich wäre dann eigentlich noch ein Boot, was ich noch dazu machen kann. Also, ja, sowieso, früher Vormittag. Da muss ich noch ein Holz flanken, wo ich hier ein Boot machen kann. Einfach da, oder? Ah, verpackt schon wieder. Da ist noch ein Creeper unterwegs. Ich will auch erstmal bekämpfen. Hat nichts gelockt, aber... Hier habe ich ein Boot. Wo ich mir jetzt mal ein anderes Gefilde aufmachen werde. Gucken, wo es... Wo es denn hier noch lang geht. Gehe natürlich jetzt hier an der Wüste vorbei. Und jetzt bestimmt genug Sand hier abzutragen, um für eine Pyramide zu bauen. Noch vor Vormittag. Da war ich natürlich noch genug Zeit jetzt. Hier an der Küste hier entlang zu fahren. Und... Weil dann weiß ich jetzt, dass ich bei der Savanne... Bei der Küste erstmal... Kann natürlich immer nur überhalb... Überhalb eines Tagesruder gehen. Die Nacht würde ich nämlich gerne nicht woanders verbringen. Dann... Was ist das denn für ein Iom? Extreme Berge sind da. Geht anscheinend nicht lang. Noch ist es Vormittag, also kann ich... Wo bin ich jetzt hin? Aber da... Es springt so ein bisschen rum, wenn die Welt nur noch geladen wird hier. Aber irgendwie finde ich hier keinen Jumbo... Wo es... Hier vielleicht... Andere Baumarten gibt. Wir konnten nur eine Ebene. Höhngereift. Übersetzung passiert. Boot ist weg. Ich muss anscheinend ein neues Boot craften. Schau, hier geht es anscheinend nicht weiter. Hier ist nur... Ein Ozean. Ich muss das neue Boot herstellen. Kraftding. Ich habe gerade diesen einen Erfolg erst als Ziel. Ein fortgeschrittenes Handwerk. Gerade ist er. Ich muss jetzt wieder zurück. Und dann finde ich hier nichts, weil da nämlich nur noch Ozean wartet. Können wir sie vielleicht nicht beim nächsten Part in die andere Richtung vergeben. Können wir vielleicht sonst eine Pyramide auf Diamantblöcken oder auf Eisenblöcken oder so bauen können. Das sind natürlich Megaprodukte. Selbst bei so viel Erz, was wir jetzt reingestellt haben, ist das sehr schwer. Ich muss die Küste entlang. Wieder zurück. Und da kommt erstmal die Wüste. Da ist noch eine andere Wüstenhälfte. Also eine andere Wüste anscheinend. Und wir sind jetzt gerade schon über den tiefen Ozean. Die Biome steht in Deep Ocean. Da kommt meine Savanne wieder. Ich versuche mal hier anzulegen. Ich versuche mal hier anzulegen. Abschneiden. Wo soll sie bleiben? Und ich gehe weg. Oder es bleibt. Ich dachte schon, es geht weg. Jetzt essen wir jetzt zurück zum Haus. Damit hoffe ich, dass der Pfad euch gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch, teilt das Video und abonniert mich. Ich werde den Pfad erst beenden, wenn ich zu Hause wieder bin. Ich werde den Pfad erst beenden, wenn ich zu Hause wieder bin. So viele Lava-Dingel. Das ist ja unnormal. Da ist ein Lavasee und ich hätte auch kurz hinter dem Haus schon ein Lavasee. Und da ist schon das, was ich im ersten Pfad weggegraben habe. Da ist mein Zuhause und damit beende ich den jetzt nun den Pfad. Ach, was ist es relativ kurz vor der Pfad? Löwenseven tun faisait esile nicht?! ...dann ... ...dann die Pfad champion als Teil des Zache Bundeskanz. Vielen Dank.